Herzlich willkommen zum Kostal Solar Terminal, Ihrer zentralen Einstiegsplattform für effizientes Arbeiten im gewerblichen Bereich. Heute zeigen wir Ihnen die grundlegenden Schritte für die Nutzung und Verwaltung des Kostal Solar Terminals, um Ihr Arbeitsleben zu erleichtern. Wenn Sie sich als Geschäftskunde, sei es als Installateur oder Fachhändler, für das Kostal Solar Terminal registrieren möchten, gehen Sie auf die Startseite und klicken Sie auf den Link unterhalb des Anmelden Buttons. Dann treffen Sie die Auswahl Geschäftskunde, Installateur oder Fachhändler. Bitte beachten Sie den Hinweis zur erstmaligen Anmeldung. Falls Ihre Firma bereits im Kostal Solar Terminal registriert ist, beenden Sie die Anmeldung mit Nein und wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Firma. Wenn Sie sich und Ihre Firma erstmalig anmelden wollen, bestätigen Sie dies mit Ja. Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, geben Sie Ihre persönlichen sowie Firmendaten ein und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen. Bestätigen Sie zunächst das Capture und klicken Sie dann auf Absenden. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail auf die angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie diese durch Klick auf den Link, um die Registrierung abzuschließen. Sobald Sie Ihr Konto bestätigt haben, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Willkommen auf der Startseite des Kostal Solar Terminals. Eine Besonderheit ist, dass Sie von hier aus Zugriff auf alle anderen Kostal-Anwendungen haben, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Ein Klick genügt, um zwischen den Anwendungen zu wechseln. Hinweis. Die hier gezeigte Startseite zeigt alle verfügbaren Anwendungen. Hierfür benötigen Sie die entsprechende Rolle. Wie Sie diese verwalten, zeigen wir Ihnen im weiteren Verlauf des Videos. Möchten Sie weitere Benutzerkonten zu Ihrer Firma hinzufügen oder Rollen verwalten, so gehen Sie auf Benutzerkonten. Wählen Sie Benutzerkonto hinzufügen, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail und muss diese bestätigen, um das Benutzerkonto zu aktivieren. Als Administrator können Sie Benutzern eine Rolle zuweisen. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben einem Benutzer, um dessen Rolle zu ändern. Wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus und ändern Sie seine Rolle. Hier können Sie zum Beispiel von Administration zu Montage wechseln. Unter dem Reiter Mein Profil können Sie jederzeit Ihre Daten bearbeiten und aktualisieren. Das COSTAL Solar Terminal vereinfacht Ihren Arbeitsalltag. Weniger Klicks, mehr Effizienz. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem COSTAL Solar Terminal.